Ich kann den aber... Oh, Scheiße, jetzt kann ich den gleich nicht mehr anpflanzen, es ist nichts da! Ah! Muss ich warten bis Winter? Doch, da ist, ich glaube, der lila Kohl auf der Seite, wo die Tiere sind. Ich glaube, der ist fertig. Könnte sein. Ja, oder halt Erdnuss. Und die Erdnüsse auch, genau, in der Mitte irgendwo. Voll die Panik. Oh, oh. 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 Ja, warten bis Winter. Ja. Aber gut, ist ja nur eine Jahreszeit weiter. Ja. Dann mach ich ein bisschen Ginesis ja auch was, wie nur irgendwas. Ja. Muss ja eh gelevelt werden. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Das ist alles so kreuz und quer, das sieht aus. Was ist passiert? Ab wann sind wir falsch abgebogen? Tja. Am Anfang so, wir müssen ja ein bisschen sortieren. Und jetzt einfach, hau da drauf da. Oh, wenn ich hier so das Feld langfahne, wo nichts drauf ist, wie schön eben und wie schön glatt und wie einfach, wie die FPS einfach hochgehen. Ja. 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 Das. Wunderschön. Also wenn ich hier in Amazonas bin, dann bin ich hier auch bei 86 FPS. Normalerweise bei so 120 oder sowas. Ja. Ja. Es ist schwierig. Ja. Nochmal. Ach ja, schön. Wieder mal durch den Wald fahren. Haben wir ja lange nicht gemacht. Jeder andere. Jeder andere. Du nicht. Warum denn nicht? Nee. Warum denn nicht? Ja, okay. Wir haben jetzt schon ein bisschen Diskriminierung. Ja? Ja. Ja, okay. Vielleicht. Bin ich jetzt Snowflake und den ganzen Weg wieder zurück? Wir müssen echt bei Straßen verlegen. Ja. Aber das können wir ja jetzt da hinten machen. Genau, da hinten können wir das auf jeden Fall machen, ja. Ja. Wie willst du das machen? Also zwischen jedem großen Feld oder so? Vielleicht hat das mittendrin irgendwo ein Tanker noch mal erst oder so. Ja, ja, genau. Da musst du zwei freilassen. Irgendwie zwei große nebeneinander und dann zwei freifühle Straßen oder sowas. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Wir drehen langsam durch. Ja, das ist irgendwie... Ich freue mich einfach so ein bisschen. Worar freut er sich denn? Ich weiß nicht, wir spielen dieses Spiel. Und das mag ich. und jetzt war langsam hier so seine gehirnzellen ach gehirnzellen so vielleicht also nicht ja genau irgendwie so ein kohleindorf oder irgendwas ich darf das ja du da sind natürlich klar hallo darf das wohl ich darf so bleiben wie ich bin du darfst eine werbung oder genau von du darfst ja ich will so bleiben wie ich bin du darfst das ist glaube ich eine butter oder so ein pflegemittel obwohl creme oder butter ist das gleiche ist ja wurscht aber ich mir fettes gesicht schmier oder anderes fett zum stück butter einfach ins gesicht hauen wollen wir dann auch also nicht nur eine gerade straße sondern auch eine querstraße rein bauen aber nach zwei feldern ja also das ist so ein vierer riesen ding ist und dann so ein kreuz das straße ja wir können ja wir können ja wir können viele das ist richtig das stimmt ja also die großen straßen diese zweispurig sind würde ich halt von unten nach oben bauen dass wir wenn wir von oben kommen dass das nutzen können aber querstraßen nur einmal weil da brauchen wir keinen tanker hin haben oder so ja genau also querstraße ist einmal ja okay alles klar okay mal gucken hier was das für den Schmarrn wird Kaiser den hatte ich lange nicht ich auch nicht also Schmarrn hätte ich mal auch Lust drauf wieder ja oder ja also gerade wenn es jetzt wieder ein bisschen kühler wird kann man das eigentlich gar nicht machen hm was kostet das nächste 9 9 10 easy 10 1 15 hm 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 da würde ich auch beinahe sagen dass wir vielleicht auch das nächste Feld daneben schon machen wenn wir das nächste freischalten können weil dann könnte ich sogar schon drei von den Feldern nebeneinander machen wie gesagt dann haben wir oben viel mehr Platz wie gesagt kostet halt 10 1,5 ne ja ja da ist es mir klar ne ja das habe ich gesehen Was soll denn das? Das wird ein Jesuskreuz einfach von oben Ja, ich seh das schon Amen Na gut Das ist aber echt Das ist aber wirklich Ja Renn da in den Horizont rein So ganz schwach da hinten sehe ich Da irgendwo Das ist wirklich elendig lange Jupp Naja, die ich habe Die fahr ich erstmal dann hin Sonst vermischt sich der Scheiß ja wieder Na gut, hier hast du ja einen Zaun In der Mitte Also von daher Bapp, 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 bapp Bapp, bapp, bapp Das ist bedeutend, achso Na gut, das können wir ja trotzdem Was denn? Ah, okay Ja, das ist eine gute Idee Na, den kannst du ja dann verschieben Wie du willst Aber da hast du wenigstens mal einen Schnellreisepunkt Ja Kann man das mit Hühnern machen? Also wenn ich es im Gepäck habe Das weiß ich nicht Das müsstest du mal ausprobieren Ja Ja Das würde natürlich vieles vereinfachen Das stimmt Direkt zum Haus teleportieren Zack, sind wir da Oh Weil jetzt, also Ich will jetzt keine Diamanten ausgeben Für eine Straße oder sowas Nene, klar Wo gibt es denn diese Tele Sachen Teleport Äh, die sind bei den Gebäuden drin Aber die kosten halt Vier solche Medaillen Achso Naja, wenn wir sie jetzt haben Dann würde ich sie auch woanders hinstellen dann Ja, na klar Also, ja Aber ich sehe sie nicht bei mir Ich finde die nicht Ja Ich will in die Stadt rein Die sind Äh, Gebäude Vierte Neben den Sprenglern Sprengler und Äh, Tankwagen Ach, lol Ich war auf dem anderen Nene Reiter Ist der Reisepunkt Ja Dann brauchst du ja bloß auf die Map zu gehen Aus wählen Zack, bist du da Ja Ja Wie druckzuck Mal gucken Ich nehme mal ein Tierchen hier Ja Guck das mal Ja, funktioniert Perfekt Super Sache das Mach mal es ein bisschen einfacher Oder du jedenfalls Ja, schneller zumindest Ja Auf jeden Fall Oh, glaube schon mal hier So kann ich ja nochmal abernten Hier Einfach mal an die Eier fassen Machst du gerne? Ja Habe ich mir sagen lassen Habe ich mir sagen lassen Vor allem Siehste Wie so ein Vogel gezwitschert, weißt du Ja, natürlich Achso, Aya ist nichts für mich Ich bleib dann eher bei meinen Blauen Besser ist glaube ich Ja Schöpfe Das war er Maybe Alsía Also Ich beh programme in zehn minuten kann ich eh wieder ein traum ist das ist es das ist es das wirklich wenn seid ihr jetzt ist aber auch nichts bereiten kann alles solche hohen tiere sei jetzt mal ja doch die erdnüsse sind ja gut ja die bauern nämlich weil im winter wir wissen wir wissen wir haben gelernt so den punkt kann ich jetzt ein bisschen wieder nach vorne versetzen perfekt So, Up-Button. Fische. Damit aus. Hm? Orangene Forelle. Gelber Doktorfisch, brauner Lachs. Er kann also mehrere Sachen einreihen, nicht unbedingt nur von einer Sorte, alles klar. Rotlachs. Schattfisch. Zum Teufel ist er der Lachs. Ach, hier ist der Lachs, 18 Minuten. Ach, nur guck mal an. Bitte. Ganz adäquat. Hm. Ja, die weißen Enten sind ja auch geil. Mit solchen roten Bäckchen auch noch. Ja, die sind super, ne? Das sehe ich ja jetzt zum ersten Mal richtig. Aber auch so weit oben spielt. Wie gut. Die Enten sind mein Highlight. Ehrlich. Und ist narkastisches Grinsen mit drauf. So, verträumtes Gucken irgendwie. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Herrlich. Find i super. Super. Wie die Broiler schlafen, das ist aber auch super. Broiler. Ha, 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 ha. Ehrlich. Ach so, es gibt ja einen Reisepunkt. Kann ich ja mal eins nutzen hier. Ja. Ich würde, glaube ich, das würde ich dann auch so machen, dass ich die Tiere, also pro Reihe eine Tierart, ne? Ja, 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 ja. Dass wirklich nur alles auf Hühnchen ist, das andere ist dann nur Schwein, das andere ist Ziegel. Ja. Das finde ich. Schön. Schön. Komm mal ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017